ist drehen knoffig sieben bisschen schäbig aus oder ich glaube das musst du gleich mal beurteilen hier und hätte gedacht so eine art doppel eingang des tores jetzt mal den anderen eingangern was war jetzt auch so gießen wollte ich genau wo ich glaube die ente ist ralf oder auch nicht oder auch doch oder auch nicht oder auch doch doch die eine hier oder auch nicht oder auch doch was hier ist auf dem Weg zum Gartenhimmel oder etwas kann man das abbauen eine Sense Sense war hier Feenbaum wie winzig ich frage mich wie ein Feenbohnen naja passiert Feenbohnen well ja leider konnte ich die eine Pflanze in dem Meer retten hier naja aber nur die eine hier ist nicht schlimm ich mach grad ein paar Kuh also jump in one ja wenn ich mir Glück darf ich nicht runterfalle ey ich drück alle Daumen die ich hab das sind höchstens zwei wie süß ist das hier kann man das nicht irgendwie hier ran connecten wenigstens würde ich das ja hier irgendwie ich will das eigentlich nicht hier so kann man das kann man eigentlich zwei übereinander Dings ein Nein wieso connecte der das nicht Anscheinend ja. Nein. Ich wollte den Hammer nehmen. Nein. Neue Dimensionen. Passt ja. Was habe ich denn? Ich habe... Ich verstehe das Soundsystem. Ja, Zocker, ich habe was verstanden, ne? Holy shit, ne? Oh mein Gott. Connected er das? Nein. Okay, dann muss ich das hier nochmal abbauen. Pop. Ah, dusch. Und wie findest du die zwei Tore vorne? Gut, ne? Cool. So, connect ich hier den Zaun wenigstens daran, dass hier keiner abhaut. Oh, was hast du denn hier? Die leuchten hier am Holz, gell? Ah, das wird doch langsam. Die da für ein magisches Licht. Okay. Wo kann man das nutzen? Naturholz verkaufen, ne? Ich habe ja noch Money, den gehe ich mal holen. Ich mache mal hier eine Deko-Küste hin. Mach das. Oh, der Weg ist hier aber auch schmaler geworden, ne? Durch die Teleporter hier. Ja. Ich schlage erstmal alles einher. Obwohl vorne noch Rathaus steht, aber egal. Wir wissen ja, dass nicht das Rathaus ist. Wo gibt's denn Holz? Bei Life? Ne, ich denke mal Alicia. Aber wie fahrt ihr? Ja, es ist noch elf übrig, in Life. Naturholzblock war das, ne? Nein, vielleicht. Okay. Erstmal finden hier. Ding Dong. Ding Dong. Waldholzblock? Waldholzblock? Ne, Naturholzblock. Naturholzblock. Ah, ah, ah. Hier gibt's nur Waldholzblock für 50. Der sieht aber genau... Wo bist du? Ich bin bei Alitza. Aber das Waldholzding sieht genauso aus wie das, was du da hast. Ich brauche zehn Naturholzblöcke, genau. Okay. Gut, da habe ich die doch nicht geholt, weil die so ähnlich aussehen. Dunkler Holzblock. Naturholzblock, 150. Ja, ich kann mitbringen. Wo bist du? Zehn Naturholzblock habe ich. Okay. Gut. Könnte mir ja gleich geben. Wollte ich gerade sagen, willst du haben? Warte. Einmal. Brauchst du noch irgendwas? Bin ich gerade schon hier bin? Äh, nö. Okay. Was ich brauche ist, dass du bei mir mitkommst. Dass ich mitkomme? Ja. Ich folge auf Schritt und Tritt. Wutscher! Jetzt mal rüberspringen. Falls wir irgendwie holt brauchen, gehe ich ja einfach rein. Ich folge dir mal. Ähm. Äh, du bist bei mir hier in den Dings gebackt. Ja, jetzt machen wir die Karte auf. Guck mal, es färgt nicht alle an. Da halb ich da, ich bin endlich. Oh Gott, oh Gott. Also, wenn wir heute brauchen. Da ist der Ort. Vor allem, wo ist denn der Teleporter zurück übrigens? Äh, guck mal, wo wir da auch sind. Das der Teleporter? Ah, okay. Also geil, jetzt kann ich hier theoretisch sagen, ach, ich nehme mir das Holz. Ja, aber pass auf hier. Ja. Pass auf, hier was? Ähm. Da geht es vielleicht runter. Da. Das ist auch wieder, äh, weißt du noch? Minecraft? Äther? Ja. Das ist quasi von der Version hiervon. Ja, stimmt. Alter. Aber es sieht doch aus. Wo der Äther mal ganz früher mal so... Hier ist die Baugesellschaft, ich darf hier abreisten. Fähig total geil, ja. Da wirkt eine unendliche Welt hier. Ja. Da finden wir mal eine fliegende Insel. Das Schöne ist, da brauchen wir bei uns nicht mal Holz hacken. Das ist jetzt das Gute. Nö. Ich hab jetzt 200 noch, 200 noch, 900 gesteckte, abgebaut. Und das reicht jetzt erstmal. Ja, ich bring auch noch ein bisschen mit. Huch, ich hab sogar noch ein grünes Grasding. Nur aus Versehen, naja, egal. Äh, mach ich den Baum noch. Ich brauch ja nicht so viel, man. Wie gesagt, es sind ja noch 2 990 Stacks. Mach ich den Baum noch und dann, jo. Mhm. Komm ich zurück. Am wenigsten hab ich ja noch. Schau mal nach Hause wieder. Ja, wo ist der Porter? Ach, da. Ich hab ihn. Gut. Ich kann dir nicht sagen, wo der Porter, wenn du den so hingehst. Ja, den muss ich dann schon selbst finden, das ist natürlich klar. Ja, da bist du ja. Hi, ich geh mal zurück.